Jo, Transfermarkt, das Ding ist durch. Oh Gott, du meinst... Ja, Haarland wechselt offiziell zu Manchester City. Und das ist jetzt wirklich bestätigt, ja? Das ist durch, ja. Ja, Gott sei Dank. Also diese ständige Hin und Her, das war schön langsam nämlich etwas nervig. Schön langsam etwas nervig? Junge, das Theater ist uns doch allen nur noch am Arsch gegangen. Ja, hast du recht. Das war echt nicht mehr feierlich. Ja gut, jetzt haben wir euch ja erlösen können. Na danke City, wie großzügig von dir. Ja, keine Ursache. Ich helfe doch gern, wenn ich kann. Ja gut, dann ist der Erling nächste Saison in der Premier League. Auch okay. Und wieder mal super für die Spannung in der Bundesliga. Ja gut, aber vielleicht wechselt der Lewandowski ja auch. Noch besser, dann ist der beste Stürmer nächstes Jahr in der Liga, keine Ahnung, Simon Terode oder was? Ja genau, Schalke und ein guter Stürmer, ist klar. Klappe Dortmund. Wir haben nächstes Jahr Simon Terode. Und wen habt ihr? Ähm, naja, also... Na alles klar, danke. Erling! Daumen hoch und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao.